Musik 仕事仕事仕事 人間は働く どこでもお金は必要 必ず でも各国 異なるやり方 日読で 比べる働き方 Arbeit Arbeit Menschen arbeiten jeden Morgen pünktlich zu tatschreiten dabei tun es die Leute sehr anders Hier die Unterschiede zwischen Deutschland und Japan In Deutschland, außer Ginko, Offices, aber auch nicht in der Office Schatz, Pottomus, Kihon, Kajuaru Benim, nur der Office, nicht in der Office Aber das Kleidung in Japan ist eine ganz klare Sache Geschäftsmänner tragen Anzug, Krawatte Sogar im Hochsommer bleiben sie dabei ganz cool Frauen tragen ein Kostüm oder einen Hosenanzug Deutschland, die Kostüme haben nicht so weit Erstens, die Sämpfer sind nicht so weit Von der Vorstellung und Bekannten Beziehungsweise mit dem Partner Nachahit und Schatz, mit Tameko zu sprechen In Japan gibt es einen Job, ganz klare Hirashin So dass man Vorgesetzte natürlich immer sieht Das fängt früh an, bereits bei den Schülern Hier sieht sich den Senpai, ist er eine Klasse über mir In Deutschland, Kipp Party, 8 Uhr Kipp Party, 17 Uhr Wenn man das Zeitraum macht, Nur die Zeit wird nicht mehr Zeit Hier sind Überstunden eigentlich normal Es gilt als Zeichen der gesteigerten Moral Vor dem Vorgesetzten nach Hause gehen Geht nicht klar 400 Stunden mehr als Deutschland schuften sie im Jahr Deutschland, die UQ-Kühe 24 Jahre Die Zeit wird ungefähr 24 Jahre Bei der Kürstung der Kürstung nicht mehr 30 Wochen der Backe ist nicht mehr 20 Stunden später nimmt man in Japan selten Man hat darauf Anspurt, doch man nimmt nur die Hälfte Man will dem Kollektiv nicht schaden durch seinen Film Wenn man krank fehlt, muss man auch Urlaub nehmen Deutschland gibt es keine Arbeit Es gibt 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 keine Arbeit In Japan sitzen viele Firmen auf Kollektiv Ein Gemeinschaftsgefühl ist das große Ziel Nach der Arbeit geht man oft mit Kollegen Trinken, sodass zwischen Beruf und Freizeit die Grenzen schwindeln Deutschland ist ja klar Was gibt keine Arbeit Während cosmogon In one Japan marche in Japan Die Firma besser als Kollektiv Weil jeder für den anderen Verantwortung übernimmt Wenn man eine Qualität für die Environment So ko, ee ne? The name dog war love's tag, you have a geno go feel it. O tagai no i toko o manabou, so shite a shita mo genki ni hakarakou. Untertitelung des ZDF für funk, 2017